die entdeckung so so die entdeckung für die letzte trophäe freunde so 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 Mal gucken, ob er gleich noch Ruhe kommt. Das ist hier schon wieder schade, wenn ich die NPCs bekomme, dann kennen wir ihn. Das ist hier schon wieder. Ja genau Junge, stell dich mal bitte komplett in den Weg, danke. Du stehst doch perfekt. Ich hab sogar einen NPCs noch reingefahren. Ich hab 30% noch keinen Bulle bis jetzt. Ganz komisch, Alter. Ich fähre nicht mal einer rum. Ganz komisch. Wahrscheinlich komm ich schon am Ende her, weißt du? Auf ganz assi. Ich komm hier kurz mal auf die Ziellinie. Wir stehen da schon und wetzen hier im Messer. Hm. Geil. Ja, steht da auch schon wieder rum. Geil. 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 Ah, dahinten ist ein Bulle, wow, wow, den Punkt, ja gut, guck mal, die stehen da immer quer auf der Straße mit den Abschleppern, ne, warum, oh gut, da kommen wir jetzt nicht mehr lenken, alter, der zweite, ne, der ist aber ultra schnell, wir fahren zwar da gerade auch Nullihaft, aber der zweite ist ja mal übertrieben schnell, der hat ja richtig den Gummiband-Effekt, was wird der für ein Auto, Pogaccio? Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020